wissen kann naja jetzt kann er es auch wenn er auch keine idee ist genau ich mache es einfach so das ist auch eine gute minute methode für ein rewind wenn ich jetzt eben die speed zurück gut let's continue verdammt ich bin mir ernst ach gut was war das nein ich gehen passieren was das interessiert mich kann man dazwischen den waffen wellen und ich habe nur eine aber ich habe doch eben in der höhle eine aufgesammelt oder war das keine ahnung verdammt verdammt ja hallo ohne safe states klar ja klar von mir am besten gleich mit dem post an man nimmt falsch schaden okay verdammt in diesem spiel in diesem plattform spiel nimmt man falsch schaden was haben die entwickler sich dabei gedacht was luke du mämme verarsch mich nicht so einen kleinen absprung und du bist so wo hat er fragt ist er weg nein oh mein gott er ist noch da ich habe gespielt über was ja er hat unendlich leben guck mal autofahrer lustig nicht wahr unendlich leben auch wie lustig ist ja so lustig das nächste mal prüfe ich zu essen mit autofahrer ob das auch noch nicht jedem dinge so lassen das für blaue dinge ich verstehe es nicht vielleicht auch gar nicht zum verstehen gedacht hier ist auch noch ein gang moment kommen wir hier nicht her klar kommen wir hier her klar toll hier muss man auch leitern besteigen ja super gut dann kann ich das nein ah danke einfach dann kann ich in den falsches menü kann ich das direkt vergessen mit oben gleich springen so und nein das muss möglich sein warum nimmt luke da kein falsch an guck mal nimmt kein falscher wieso hat er sich gerade automatisch festgehalten ich habe nicht gedrückt das ist das guck mal ach moment das doch mindestens so nein okay egal wie soll das gehen okay das geht überhaupt nicht überhaupt nicht geht das ich wiederhole mich vielleicht in die blauen dinge leben oder so leben würde auf jeden fall sinner geben so viel vieles in diesem spiel keinen sinner gibt ach ich liebe ja solche games die kann sinner geben ne ne ich überhaupt nicht okay da kann man nicht hoch anstand vielleicht nein aber ich glaube wie bei super mario ist hier auch wie schnell man ist das verhörer springen mann ich glaube doch nicht verdammt ich komme jetzt schon nicht weiter was geht ab mit euch warum habe ich nur noch ein leben habe ich vergessen bei einem lebenslost state safe zu laden um mein gott ist man sicher an der kante okay vielleicht doch nicht doch cool das könnte mir in dem ths helfen aber nicht in einem let's play naja vielleicht mache ich es ja so nur diesmal umgekehrt diesmal mache ich zuerst ein let's play und dann ths aha los okay aber hier geht es runter das ist schon mal klar aber hier ist nur dieser blöde druide der unsterblich ist und hier geht es nicht weiter hier war nur dieses blaue dingen das anscheinend leben ist ach da unten geht es ja noch weiter oh okay stimmt ich übersehe die einfachsten dinge ne das ist mein ersteres ich muss damit anlauf rüber dann muss ich nicht auf dieses teil zuerst ja dieses teil was meine jetzt sind wir wieder hier was für eine detailreiche beschreibung was geht ab wir sind wir schon wieder hier ich kenne ich wie geht das manno ist doch kacke das so ehrlich kacke jetzt bin ich hier unten ach das war hier oder das schlecht verdammt egal der weg ist ja nicht so weit hör nicht so weit ach hier geht's hoch danke dass ich das erfahre ich hätte sonst stundenlang weiter gesucht geht's hier wieder nein das war saufair ne weißt du ich hasse dich verdammt wie soll das denn gehen wenn da oben dieses bummsteil ist dann geht das nicht okay hier ist doch die methode je schneller man ist desto ja das ist wirklich lebensauffüllung desto schneller verdammt das ist unfair das nenne ich unfair ich sehe schon dieses spiel wird ein horrorspiel ich habe 0 d ich habe schon wieder nur noch einen versuch wenn ich noch einmal getroffen wird dann bin ich schon wie am arsch es ist doch für ein arsch was soll das denn jetzt kommt gleich irgendwo eine stelle wo man getroffen werden muss wenn man sonst pro skills anwenden muss oder so was soll das das look das alles hier so gut aussieht liegt übrigens nur daran weil ich einen hakumodus aktiviert habe so wie meinem let's play zu den megaman teilen also wie meine megaman let's play äh null leben kannst du vergessen lass mich nicht verarschen er zu endlich hier sagt dass er dass er die wichtigkeit von general kenobi ist was egal irgendwas hat er gesagt jetzt sind wir aha ja toll ich schätze mal nochmal kann ich da nicht rein doch kann ich ich möchte aber nicht nochmal rein oh danke ach bei denen nimmt man schaden ja danke danke dass ich das erfahre ähm wo fahr' wo muss ich jetzt hin leck mich banter futter ach stimmt man kann ja auch man kann ja auch ganz schnell fahren was ja jetzt sind da sogar schon teile die einem weh tun die laser schießen meine ich man die steuerung ist ja gott die steuerung was zur teufel was zur teufel ja klar hier rein nein hier waren wir am start hier muss man nicht rein das kann nicht sein das würde keinen sinn ergeben aber wieso kriege ich mich überhaupt auf hier gibt doch eh kein nix was ein sind verdammt mal sehen ist hier irgendwo das so nein wow ah da geht's rein was ist hier ich sag nicht dass irgend so ein rollenspiel wo alles wo man sich dinge holen kann und es nicht muss oder so was rede ich ja wo man sich dinge holen kann aber nicht muss das ist doch ganz eindeutig was ich sagen will ah oh what the fuck what the fuck ihr verarscht mich jetzt kann auch noch jetzt kommen auch noch steine ins rollen hö 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 was ein wortwitz äh aha die hitbox von den steinen ist ja mal für den Arsch ich bin ja noch 10 cm weg wenn die mich treffen halter für den Arsch die Hitbox oh nö jetzt kommen wir noch an diese säuretropfen wieder hä oh god ah goth so weh das lohnt sich nicht oh mein gott wiii wiii oh mein gott ein speed run ist hier also möglich das ist gut also gut möglich es gibt ja auch so games wo bei den what Wie geht der? Okay, mit Autofire geht er auch nicht. Das heißt, er ist unsterblich. Ich bin am Arsch. Ey, verarscht mich nicht. Ja, was? Wie viel Leben zieht der ab? Ey, verarscht mich nicht. Was soll der Mist? Ja, ich bin... Nein! Hallo, was sind das denn für Gegner? Dieses Spiel spinnt doch. Was soll das? Dieses Spiel ist kaputt. Oder so. Die Gegner gehen nicht weg. Treffen mich einmal und dann bleiben die immer an mir kleben, diese Huren. Was sind das für Huren-Dinger? Ja. Oh mein Gott. Muss ich mir merken für ein TS, dass sowas geht. Kann man auch... Ja, man kann im Ducken auch schießen. Cool. Bringt mir aber grad nix. Endlich mal ein Hidden-Run-Spiel, bei dem man auch sprinten kann. Hä? Ihr verarscht mich doch. Ah. Okay. Ah, ja. Danke. Okay. Ja, verarscht mich. Ey. Moment, geht der mit Autofeuer? Ja, er geht mit... Oh mein Gott, wie viele Schüsse brauche ich denn bitte? Oh mein Gott.